Wir schreiben das Jahr 1517. Damals gab es kein evangelisch und katholisch. An der Spitze der christlichen Kirche stand der Papst in Rom. Und die Kirche damals brauchte viel Geld, zum Beispiel um neue Kirchen zu bauen. Zum Beispiel den Petersdom in Rom. Eine Idee, um Geld zu bekommen, sind damals die Ablassbriefe. Mit diesen Briefen können Menschen sich oder Verwandte aus dem Fegefeuer freikaufen, sagt die Kirche. Die Menschen haben das damals geglaubt. Und der Ablasshandel war sehr erfolgreich. Das stört einen jungen Mönch. Sein Name? Martin Luther. Er liest die Bibel und merkt, jeder kann mit Gott Kontakt aufnehmen. Ohne Ablassbrief und ohne Papst. Luther sagt, wir brauchen nur den Glauben an Gott, nur die Gnade von Gott und nur die Schrift, also die Bibel. Luther veröffentlicht seine Ideen in 95 Thesen. Und das ist eine Revolution. Der Papst war darüber not amused. Er droht Martin Luther, entweder du widerrufst, was du geschrieben und den Leuten erzählt hast, oder wir werfen dich aus der Kirche. Luther weigert sich. Seine Freunde haben Angst um sein Leben und verstecken ihn auf der Wartburg in Eisenach. Da übersetzt er das Neue Testament, also den Teil der Bibel, in dem die Geschichte von Jesus steht. Er übersetzt sie so ins Deutsche, dass sie jeder versteht. Luthers Idee kann jetzt nicht mehr aufgehalten werden. Seine Anhänger sind die sogenannten Protestanten. Und aus denen entsteht die evangelische Kirche. Da übersetzt sie die evangelischen Kirche sein. Vielen Dank.